Leute, endlich ist doch was passiert. Der Jordan hat verkauft. Sie sind sich soweit einig, die wo es geheißen hat. Der eine von den Hawks und der andere, der eh schon anteilsmäßig dabei war. Wann genau jetzt alles über die Bühne geht, ist noch nicht ganz raus und Jordan wird erst mal auch weiter Mitsprache haben bei der Draft-Geschichte und nachher bei den Free Agents. Aber es läuft heißt, man kann sich darauf einstellen, dass es vielleicht irgendwelche Änderungen gäbe im Front-Office, dass Mitch Kubczak irgendwann geht. Steve Clifford könnte auch sein, dass es weggeht. Vielleicht ein bisschen mutiger bei den Trades jetzt bezüglich Seien, wird es noch brisanter. Ansonsten findet ihr irgendwo hier auf meinem Kanal da auch einen Link zur Petition, dass das alte Logo wieder zurückkommt. Das wäre recht schön. Das neue haben wir jetzt gerade genug gehabt und das alte Comic-Logo war ja viel schöner. Endlich ist was passiert, aber geändert hat sich jetzt im Prinzip auch noch gar nichts. Sind wir gespannt. Bleiben wir dran. Ich sage Bescheid, wenn es etwas Neues gibt. Michael Jordan hat das erste Mal verkauft. Nicht alles und er bleibt noch dabei.